Wie spielt man den Arcanisten? In Solo-Inhalten, in 4er-Dungeons, aber auch in Server-Prüfungen bzw. Raids in The Elder Scrolls Online. Das und vieles mehr heute hier in diesem Build-Video. Ich bin's wieder, euer Alexis vom Offizien-Eso-Stream-Team und wir starten direkt rein mit meinem Punkt Nr. 1 von 10 Punkten. Und zwar geht es los mit der Fertigkeitsauswahl bzw. den Weiterentwicklungen der Fertigkeiten des Arcanisten und welche da tatsächlich interessant sind, wie ihr das meiste aus eurem Arcanisten rausholen könnt. Wir spielen den Arcanisten als Schadensausteiler. Dementsprechend haben wir fast ausschließlich Schadensausteiler-Fertigkeiten des Arcanisten mit dabei und wir spielen mit zwei Leisten, auf die wir insgesamt fünf Fertigkeiten, vier inklusive einer Ultimate, verteilt haben. Unsere zwei Hauptfertigkeiten, die besonders wichtig sind, sind die, die die neue Mechanik des Arcanisten ausführen bzw. ja, triggern können. Und zwar unsere Krugs-Generatoren und Krugs-Verbraucher. Das werde ich euch gleich nochmal im Detail erklären, was Krugs genau sind. Das sind so eine Art Kampfpunkte. Und die Fertigkeit, die unsere Kampfpunkte generiert, ist hier an dieser Stelle Phlegel. Ich nenne diese Fertigkeit jetzt hier umgangssprachig Tentakeln, die Weiterentwicklung von abgründiger Einschlag. Diese Fertigkeit macht unfassbar viel Schaden als Spam-Attacke, die wir also regelmäßig aktivieren können. Und obendrein macht sie mehr Schaden in Abhängigkeit davon, wie viel Leben der Gegner bereits verloren hat. Als Weiteren markiert sie den Gegner mit einer Art Tinte, die dafür sorgt, dass wir am markierten Gegner fünf Prozent mehr Schaden machen. Ich betone das wir so sehr, weil andere Mitspieler von diesen fünf Prozent mehr Schaden nicht profitieren. Das gilt nur für uns und von uns markierte Gegner. Wirken wir diese Fertigkeit nun im Kampf, fangen an, so kleine grüne Dreiecke um uns herum zu wirbeln. Wichtig, die wirbeln erst um uns drum herum, wenn wir die Fertigkeit weiterentwickelt haben, halt eben in Pflege in diese Tentakeln. Und das können wir auf die Spitze treiben mit bis zu drei von diesen Dreiecken, die nun um uns herum wirbeln. Nun gibt es Fertigkeiten, die davon profitieren, je mehr Krux wir haben. Zum einen passive Fertigkeiten, aber auch aktive Fertigkeiten, die neue zusätzliche Effekte bekommen oder einfach in ihren bestehenden Effekten bestärkt verstärkt werden. So hat zum Beispiel gerade unsere zweite Akkanisten-Fertigkeit angefangen zu leuchten. Ihr seht so einen kleinen Strudel, so ein kleines Leuchten glitzern, was um unseren umgangssprachlichen Beam oder auch Strahl drumherum wirbelt. Und wenn wir nun diese Fertigkeit jetzt hier aktivieren, die schreit danach, du hast gerade drei Krux, drei Kampfpunkte, bitte wirk mich als nächstes, damit ich mehr Schaden machen kann. Und genau das solltet ihr auch tun. Ihr solltet diese Fertigkeit nur dann wirken, wenn sie leuchtet, nur dann, wenn ihr drei Krux, drei von diesen grünen Dreiecken um euch herum habt. Dann macht ihr nämlich unfassbar viel Schaden und wie ihr diese Fertigkeit richtig weiterentwickelt, was ihr dabei beachten müsst. Und vor allem auch, wie ihr diese Fertigkeit dann richtig in eine Rotation einbaut. Das erkläre ich euch dann ein bisschen im späteren Verlauf des Videos. Bleibt also auf jeden Fall dran. Die Reihenfolge der Fertigkeiten, wie ihr die wirkt, wird nochmal richtig, richtig spannend und relevant. Nun handelt es sich bei dieser Fertigkeit hier um erschöpfender Schicksalsschnitzer, die Weiterentwicklung von Schicksalsschnitzer an dieser Stelle hier. Und diese Fertigkeit wird halt eben effizienter, desto mehr Krux ihr habt. Das bedeutet, die wird zum einen länger, denn sie hat eine Durchführungszeit. Das wird nochmal ganz wichtig, passt da auf jeden Fall jetzt auf und auch später, wenn es um das Thema Sets geht, da wird das Thema Durchführungszeit auch nochmal relevant. Wir haben ja also eine Durchführungszeit und desto mehr Krux wir haben, desto mehr wird diese Durchführungszeit verlängert auf über fünf Sekunden. Bedeutet aber auch, dass wir dann wesentlich mehr Schaden machen. Mehr Schaden, mehr Schaden über Zeit und vieles, vieles mehr. Wir verbrauchen die Krux dann allerdings dementsprechend auch. Wenn ihr hauptsächlich Solo unterwegs seid und jetzt hier eine wichtige Komponente auf jeden Fall gut aufpassen, ich möchte euch in diesem Bild beides mit auf den Weg geben. Wie könnt ihr diesen Arcanisten Solo gut spielen? Wie könnt ihr ihn aber auch anpassen, wenn ihr mal in einer Vierergruppe in Vierer Dungeon unterwegs seid, wo vielleicht auch mal ein Heiler oder ein Tank mit dabei ist? Oder gar in Zwölferprüfungen oder Raids, wo auf jeden Fall ein Heiler oder ein Tank dabei sein sollte. Und hier kann man nun gewisse Anpassungen treffen. Am meisten Schaden würde ich sagen, macht auf jeden Fall erschöpftener Schicksalsschnitzer. Ich würde euch auch erstmal empfehlen, diese Fertigkeit auszuprobieren. Seid ihr hauptsächlich Solo unterwegs oder in unerfahrenen Vierergruppen und sterbt vielleicht auch öfters mal, dann könnte es sich lohnen, auch die andere Variante in den Blick zu fassen. Denn diese Fertigkeit macht zwar nicht so viel Schaden, ein bisschen weniger, nicht unendlich viel weniger, aber ein bisschen weniger. Sie gibt euch aber vor allem einen unfassbar krassen Schadenschild von über 18.000 Leben im Kampf. Das seht ihr jetzt hier gerade an dieser Stelle hier. Und dementsprechend kann es besonders interessant sein, diese Fertigkeit dann dementsprechend mitzunehmen. Auf jeden Fall also besitzen. Und wenn wir jetzt halt eben gerade aktuell in diesem Moment drei aktive Kruks haben, eins, zwei, drei, dann kriegen wir einen Schadenschild, der unfassbar groß ist. Ihr seht das hier unten an unserem Leben, da habt ihr es gesehen. Unfassbar groß ist der, der ist aber nur so lange aktiv, wie wir halt eben den Strahl auch ausführen. Warum ist das besonders interessant? Nun, die Wirkzeit dieses Strahls, die wollen wir ja nicht abbrechen, die Durchführungszeit. Das sorgt allerdings auch dafür, dass wir uns währenddessen nicht heilen können, dass wir währenddessen angreifbar, verletzbar sind. Wenn wir jetzt aber diesen dicken, fetten Schadenschild haben, während wir diesen Strahl wirken, dann kann es uns ja egal sein, ob wir gerade in diesem Moment angreifbar sind. Weil uns beschützt ja an dieser Stelle jetzt hier gerade der Strahl. Das kann uns also vollkommen egal sein. In diesem Falle also definitiv eine Empfehlung. Seid ihr vier Solo unterwegs oder in Vierergruppen, dann probiert doch mal die andere Variante aus. Probiert doch mal die Variante mit halt eben diesem Strahl hier an dieser Stelle aus, damit ihr seht, was für euren Bild denn die richtige Wahl ist. Wir benutzen aber noch drei weitere Akkanistenfertigkeiten, die sich auf der hinteren Leiste verbürgen. Und hier gibt es eine weitere Fertigkeit, die Passivkrux generieren kann. Und zwar Inspiration des Foliantenträgers, beziehungsweise die Weiterentwicklung angeregte Gelehrsamkeit. Diese Fertigkeit verstärkt unsere Klassenfertigkeiten, also zum Beispiel den Beam, zum Beispiel die Tentakel oder den Strahl, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, und sorgt noch zusätzlich dafür, dass wenn wir jetzt beispielsweise mit dem Strahl Schaden machen, also einer Fertigkeit, die Krux verbraucht, wir gleich wieder einen neuen Krux generieren. Wir brauchen ja drei von diesen grünen Dreiecken, die wir uns herumwirbeln, damit der Strahl, der Beam am meisten Schaden macht. Wenn wir nun den Beam wirken, während diese Fertigkeit hier parallel aktiv ist, dann bekommen wir direkt das erste Dreieck, direkt den ersten Krux nach dem Aktivieren des Beams. Wir müssen also nur noch zwei generieren, um das nächste Mal den Beam, das nächste Mal den Strahl aktivieren zu können. Und das wollen wir so häufig wie möglich. Wie man das in der richtigen Reihenfolge in eine passende Rotation der Fertigkeiten einbaut, das erkläre ich euch gleich im Anschluss, bleibt also auf jeden Fall dran. Des Weiteren, und es ging ja auch so ein bisschen darum, was kann der Arcanist, was andere Klassen nicht können, deswegen bist du ja hier auch bei diesem Video mit dabei. Der Arcanist ist die Klasse mit der ersten Fertigkeit, die einen Effekt hat, der aktiv ist, und passiv, auch wenn die Fertigkeit auf einer Leiste ist, auf einer Ausrüstungsleiste, die aktuell nicht aktiv ist. Was bedeutet das auf Deutsch? Sprechen wir das nochmal durch. Die meisten Fertigkeiten, die passive Komponenten haben, wie zum Beispiel getarnter Jäger hier, die wirken nur dann, wenn sie aktuell ausgerüstet sind, also ihr euch aktuell auf der entsprechenden Ausrüstungsleiste drauf befindet. Wechselt ihr weg von dieser Ausrüstungsleiste, verfällt auch der Effekt jetzt beispielsweise hier vom getarnten Jäger. Das ist hier bei Gelehrsamkeit nicht so. Ihr bekommt hier permanent 20% mehr Magie und Waffenkraft, ohne dafür irgendetwas machen zu müssen. Das heißt, ihr bekommt die sowohl, wenn ihr auf dieser Ausrüstungsleiste seid, wo die Fertigkeit drauf ist, ihr bekommt sie aber auch auf der Fertigkeitsleiste, wo die Fertigkeit nicht ausgerüstet ist. Hauptsache auf einen der beiden Fertigkeitsleisten ist diese Fertigkeit ausgerüstet. Die nächste Fertigkeit ist Donnerner Rune, die Weiterentwicklung von Unvollkommener Rune. Diese Fertigkeit macht auch so schon, wenn ihr sie wirkt, sehr, sehr viel Flächenschaden. Die ist auf dementsprechend definitiv ein Blick wert, die sollte man definitiv mitnehmen. Umso stärker wird sie aber vor allem auch dann, wenn ihr Gruppeninhalte spielt. Denn Gruppenmitspieler können eine Synergie, also eine Art Gruppenfertigkeit aktivieren, die nochmal zusätzlichen Frostschaden verursacht. Auch das hier an dieser Stelle sehr, sehr stark. Das heißt, desto mehr Mitspieler, desto mehr Schaden macht die Fertigkeit letzten Endes. Aber auch schon als Solospieler ist die Fertigkeit sehr interessant. Unsere letzte Akkanistenfertigkeit, die wir ausgerüstet haben, ist unsere ultimative Kraft. Ich nutze in der Regel das matte Auge, die Weiterentwicklung von das ewig starrende Auge. Das hat folgenden Grund. Erstmal macht diese Schadensfertigkeit sehr, sehr, sehr viel Flächenschaden über Zeit. Und sie hat die Besonderheit, je länger sie wirkt, desto mehr Schaden macht sie. Nun gibt es davon auch eine andere Variante, und zwar der Blick des Gezeitenkönigs. Diese Fertigkeit hält zwei Sekunden länger, hat also länger Zeit, um Schaden zu machen. Da steigert sich quasi nicht das Schadenspotenzial, sondern es bleibt gleichmäßig, macht aber auch mehr Schaden, weil die Fertigkeit verlängert wird. Der Schaden von beiden Fertigkeiten ist also sehr, sehr ähnlich. Die Besonderheit an der ganzen Geschichte ist nun hier, der Blick des Gezeitenkönigs sucht sich ein neues Ziel im vom euch gewählten Bereich, sollte der Gegner sich bewegen oder sollte der Gegner sterben. Das bedeutet, habt ihr einen Gegner vor euch, der nicht besonders viel Leben hat oder der nicht starr ist und sich viel bewegt, viel seine Position ändert, dann kann diese Fertigkeit für euch gegebenenfalls interessanter sein, insofern ihr faul seid und der Gegner sich dementsprechend einfach weiter bewegt. Ihr könnt aber, und das erklären glaube ich viel zu wenige, das matte Auge auch einfach neu setzen. Wieder eine Sache, die beim Arcanist neu ist, die ja anderen Fertigkeiten bzw. Fertigkeitslinien voraus hat. Und zwar ist das matte Auge die erste Fertigkeit, die ihr mit einem erneuten Klick auf die Ultimate, während die ultimative Kraft gerade ausgeführt wird, neu setzen könnt. Was bedeutet das jetzt auf Deutsch, dieses ganze Kauderwelsch? Habt ihr genügend ultimative Kraft gesammelt und aktiviert das matte Auge? Beispielsweise auf diese Position hier und der Gegner, der hier ist, stirbt. Dann könnt ihr einfach die neue Position anwählen, nochmal R drücken und er bewegt sich dorthin. Macht dann dort Schaden, wenn ich wieder R drücke, kann ich den wieder woanders hinsetzen. Das heißt also, ich kann die Position dieser ultimativen Fertigkeit quasi ändern. Das geht auch über relativ breite Distanzen, auch wenn uns natürlich Wirkzeit verloren geht. Setze ich jetzt also mein mattes Auge hier und der Gegner stirbt, dann kann ich die Position ändern und das matte Auge fliegt halt eben darüber. Ist nicht ganz so komfortabel, wie jetzt beispielsweise beim Gezeitenkönig, der automatisch mit zielt und sich automatisch mit bewegt. Deswegen wählt die Variante, die eurem Spielstil am meisten entspricht. Das matte Auge macht ganz klein bisschen mehr Schaden, wir reden hier aber wirklich von vernachlässigbaren Werten. Ihr könnt also den Gezeitenkönig ruhig nehmen, wenn ihr sagt, das entspricht eher meinem Spielstil. Nun haben wir noch andere Fertigkeiten, die nicht der Ackernistenklasse angehören. Auch auf diese wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen und besonders relevant sind hier vor allem die Kriegergildenfertigkeiten. Denn ihr seht, wir haben davon insgesamt drei Stück ausgerüstet. Der Grund hierfür ist hauptsächlich, für jede Kriegergildenfertigkeit, die wir ausrüsten, bekommen wir drei Prozent mehr Magie und Waffenkraft. Bei drei sind das dann also schon neun Prozent mehr Magie und Waffenkraft, einfach nur dafür, dass die Fertigkeiten ausgerüstet sind. Wir müssen sie dafür nicht mal nutzen. Eine Fertigkeit, die wir zum Beispiel nie nutzen auf dem Ackernisten, aber einfach ausgerüstet haben, ist der makellose Dämmerbrecher, die Weiterentwicklung von Dämmerbrecher. Die haben wir wirklich einfach nur für die drei Prozent mehr Magie und Waffenkraft. Also die werden wir in der Regel nicht benutzen. Wir wollen immer das matte Auge nutzen, beziehungsweise den Gezeitenkönig, weil der macht insgesamt mehr Schaden, als jetzt hier halt eben der makellose Dämmerbrecher. Eine weitere Fertigkeit, die wir eher passiv ausgerüstet haben, ist der getarnte Jäger, die Weiterentwicklung von Meisterjäger. Die Besonderheit an dieser Fertigkeit hier ist, sie gibt uns passiv mehr kritische Wahrscheinlichkeit. Kritische Wahrscheinlichkeit in See-Elleners-Klots-Online sorgt dafür, dass eure Schaden und eure Heilung eine Chance hat, effizienter zu treffen. Minimum 50 Prozent. Wenn ihr also einen Angriff macht, der 10.000 Schaden macht und ihr habt eine kritische Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dann macht jeder zweite Angriff im Schnitt, 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, jeder zweite Angriff macht im Schnitt 50 Prozent mehr Schaden. Außer ihr habt weitere Effekte, die halt eben dafür sorgen, dass ihr mehr kritischen Schaden macht. Und die gibt es wie Sand am Meer, sprechen wir gleich drüber. Dementsprechend eine dieser Fertigkeiten, die wir nur ausgerüstet haben, um halt eben von der passiven Komponente, dem zweiten Absatz, zu profitieren. Die letzte Fertigkeit der Kriegergilde, die wir wirklich aktiv nutzen, ist die Bestienfalle, die Weiterentwicklungsstachelfalle. Wir haben zwar schon über andere Wege den Effekt kleinerer Kraft, die dafür sorgen, dass wir 10 Prozent mehr kritischen Schaden machen. Wir sind also schon nicht mehr bei 50 Prozent kritischen Schaden, sondern bei 60 Prozent. Aber auch wenn wir kleinere Kraft schon über eine andere Quelle bekommen, bleib auf jeden Fall dran, um das mitzubekommen, macht diese Fertigkeit unfassbar viel Schaden und hat noch dazu die Wahrscheinlichkeit, Blutungsschaden auszulösen zusätzlich obendrauf. Also ein Statuseffekt. Dementsprechend definitiv mitnehmen, auch wenn ihr kleinere Kraft schon über andere Wege bekommt. Diese Fertigkeit ist unfassbar stark und sollte nicht unterschätzt werden. Nun haben wir noch zwei weitere Fertigkeiten und hier werden nun unsere Waffen relevant, denn wir sind Arcanist. Und hier habt ihr hoffentlich vorhin gut aufgepasst, denn ihr habt ja bemerkt, okay, alles klar, mein Beam hat eine sehr, sehr lange Durchführungszeit von über 5 Sekunden. Wenn, desto mehr Krux ich aktiv habe, desto länger wird er letzten Endes. Auch die Tentakeln haben eine Durchführungszeit von 0,3 Sekunden. Das ist nicht nur später bei den Sets relevant, wenn ihr noch dranbleibt, sondern es ist auch relevant bei den zwei Waffenfertigkeiten, die wir nun mitnehmen. Denn wir haben ja auf unseren Waffen haben wir Glyphen drauf. Ja, ihr seht das hier über meinem Kopf. Flammenschaden, Giftschaden, erhöhte Magie und Waffenkraft. Diese Glyphen aktivieren wir hauptsächlich durch unsere leichten Angriffe. Wann können wir keine leichten Angriffe machen? Dann, naja, wenn wir den Strahl wirken, wenn wir eine Fertigkeit mit einer Durchführungszeit auswirken. Das heißt also, wir müssen irgendwie unsere Glyphen aktiviert bekommen, auch während wir gerade einen Beam ausführen. Denn wir wollen den Beam ja nicht unterbrechen, dann würden wir ja weniger Schaden machen. Hier gibt es eine Besonderheit bei Waffenfertigkeiten, die Schaden über Zeit machen. Alle Waffenfertigkeiten, die Schaden über Zeit machen, haben die Chance, eure Glyphen auszulösen. Wichtigstes, es müssen Waffenfertigkeiten sein. Das heißt also, der Todesmantel, den ich hier spiele, der macht vielleicht alleine für sich stehend nicht den allerkrassesten Schaden. Nein. Aber dadurch, dass er regelmäßig Schaden macht, und zwar alle zwei Sekunden, habe ich alle zwei Sekunden die Chance, dass er meine Flammen und Giftlüpfe auslöst, die sich auf meinen beiden Einhandwaffen befinden. Das gleiche gilt dann übrigens auch hier auf der hinteren Leiste für die instabile Feuerwand, die Weiterentwicklung von Elementare Wand. Auch diese macht jede Sekunde Schaden und hat dementsprechend jede Sekunde die Chance, meine Magie- und Waffenkraftlüpfe, die sich auf der Waffe befindet, auszulösen. Dementsprechend auf jeden Fall mitnehmen, nicht unterschätzen. Noch obendrein sind es beides interessante Schadensfertigkeiten, also instabile Elementare Wand macht Schaden, Todesmantel macht Schaden, Flächenschaden, beide Fertigkeiten dieser Stelle hier. Wichtig für Solo-Gameplay, wenn ihr mehrere Gegner gegenübersteht. Doch als Besonderheit ist hier beim Todesmantel 20% verringerter Flächenschaden. Ihr müsst also nicht sofort reagieren und wenn ihr vielleicht Schwierigkeiten habt mit schnellen Reaktionszeiten, dann ist es vielleicht auch für euch eine Erleichterung, wenn ihr nicht gleich in der ersten Sekunde sterbt, während ihr euch in einer roten Fläche befindet. Das war jetzt hier also die Auswahl unserer Fertigkeiten. Ihr habt schon gemerkt, unsere Waffen scheinen da eine relativ wichtige Rolle zu spielen, denn die haben auch mit die wichtigsten passiven Fertigkeiten, die wir definitiv einmal durchleuchten sollten. Ich spiele den Arcanisten hier eher als Hybriden, wie ihr jetzt schon bemerkt habt. Das heißt also, der hat keine konkrete Ausrichtung. Wir spielen nicht nur Ausdauerfertigkeiten, wir spielen auch ganz viele Magiker-Fertigkeiten. Eine, zwei, drei Magiker-Fertigkeiten sind es jetzt hier schon an der Stelle hier. Wir haben also insgesamt drei Magiker-Fertigkeiten und insgesamt nur vier Ausdauer-Fertigkeiten, die sich gegenüberstehen. Es ist also sowohl für euch spielbar mit Magiker, magischen Schaden, als auch mit physischen Schaden. Seid ihr eher auf magischen Schaden und Magiker aus, könnt ihr ein paar Kleinigkeiten anpassen, aber im Prinzip und großen Ganzen könnt ihr das Ganze sehr, sehr ähnlich spielen. Die einzige Fertigkeit, die ihr vielleicht austauschen müsst, wäre hier die Tentakel. Da könntet ihr euch dann nach einer Alternative umsehen. Aber ansonsten könnt ihr das Ganze auch mit zwei Stäben spielen, würde aber nicht so viel Schaden machen. Und es soll ja hier darum gehen, wie ihr am meisten aus euren Arcanisten oder wie ihr das meiste, das Optimum aus eurem Arcanisten rausholen könnt. Das Optimum könnt ihr halt eben rausholen, wenn ihr die passive der Einhandwaffen mitnimmt. Und zwar pro ausgerüsteten Dolch erhöhte kritische Wahrscheinlichkeit. Ihr merkt, kritisch zu treffen, erhöhten Schaden zu machen, ist eine sehr wichtige Sache. Dementsprechend haben wir zwei Dolche ausgerüstet, um diese passive besonders gut nutzen zu können an dieser Stelle hier. Soweit erstmal hierzu. Der Zerstörungsstab hat noch ein paar nette Nebeneffekte an dieser Stelle hier, auf die man ein bisschen näher eingehen könnte. Zum Beispiel 10% mehr Einzelzielschaden, wenn er gerade ausgerüstet ist. Wir ignorieren Resistenzen. Wir haben die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir, solange wir den Flammenstab ausgerüstet haben, zusätzlichen Schaden machen und so weiter und so fort. Also lauter Nettigkeiten, die aber nicht so relevant sind, wie vor allem jetzt halt eben an der Stelle hier die Vorteile der Einhandwaffen. Was aber später interessant wird, ist, ihr habt ja gesehen, oder was jetzt interessant wird, nachdem wir darüber gesprochen haben, warum wir Zerstörungsstab und Einhandwaffen spielen. Und jetzt kommt der Grund, warum wir den Zerstörungsstab spielen. Wir haben jetzt hier noch zwei leere Ausrüstungsslots. Da könnt ihr, das sind sogenannte Flex-Spots, reinlegen, was ihr wollt. Jetzt nicht abschalten, wird wichtig. Ihr solltet das anpassen, je nachdem, was ihr für Inhalte spielt. Seid ihr eher solo unterwegs, wollt ihr dafür sorgen, dass die Rüstung der Gegner reduziert wird. Denn ihr habt keinen Tank dabei, der diese Aufgabe normalerweise übernimmt. Es gibt hier nun zwei Sachen, die ihr machen könnt. Entweder ihr nehmt Schwäche gegen die Elemente mit, beziehungsweise elementarer Anfälligkeit, die Weiterentwicklung von Schwäche der Elemente. Denn diese sorgt dafür, dass die Gegner Resistenzen verlieren, ihr also mehr Schaden macht. Und sie aktiviert regelmäßig die Statuseffekte auf dem Gegner, die auch nochmal zusätzlichen Schaden erzeugen. Einzelzieltechnisch wäre das hier also eine Fertigkeit, die, wenn ihr solo unterwegs seid oder in der Open World, besonders viel Schaden macht und dementsprechend definitiv ausgerüstet werden sollte. Nun ist hier noch die Frage, was ist denn, wenn ich eher gegen mehrere Gegner kämpfe? Also beispielsweise in Arenen, wie der Marsch im Arena oder beispielsweise den Watteschrank. Dann wollt ihr natürlich nicht nur einen Gegner beeinflussen, sondern gleich mehrere. Hier würde sich empfehlen, die Fertigkeit aus dem Allianzkrieg mitzunehmen. Und zwar unter Sturmangriff findet ihr die geschärften Krähenfüße. Die Weiterentwicklung von Krähenfüßen. Diese reduziert ebenfalls die Resistenzen der Gegner, macht Passiv noch nebenbei Schaden. Und ist in diesem Falle dann eine Flächenfertigkeit. Also eine gute Alternative dazu. Wir brauchen auch noch eine gute Heilungsfertigkeit. Der Arkanist hat schon ganz interessante Heilungsfertigkeiten, die man sich mal anschauen kann, die auch einen selbst durchaus heilen. Er hat dementsprechend schon ein paar Sachen dabei, die man sich mal anschauen kann. Die stärkste Heilungsfertigkeit und auch die, die ich euch aber letzten Endes empfehlen würde, wäre vom Sturmangriff auflösender Elan, die Weiterentwicklung von Elan. Ihr seht, wie viel Heilung wir hier bekommen. 20.000 Leben werden wiederhergestellt und das über 5 Sekunden. Also jede Sekunde 4.000 Leben. Hohe Mathematik. Und wir kriegen über die Wirkzeit 20 Sekunden nochmal erhöhte Resistenzen. Also wir bekommen Rüstung, die dafür sorgt, dass wir weniger eingehenden Schaden bekommen. Diese Fertigkeit würde ich euch eigentlich immer empfehlen. Ja, diese Zielgruppe dieses Bildes hier oder die meisten von euch, die dieses Bild schauen, sind sicherlich nicht in den erfolgreichsten Raid-Gruppen unterwegs. Das heißt also, vielleicht ist auch mal ein Heiler tot, vielleicht habt ihr keinen Heiler mit dabei. Dann wäre es auf jeden Fall notwendig, auflösender Elan mitzunehmen. Seid ihr in einer erfahrenen 4er-Gruppe mit einem Heiler oder mit einer 12er-Gruppe unterwegs, dann sind diese beiden Skills hier Quatsch. Denn Durchdringung bekommt ihr durch den Tank, Heilung bekommt ihr im Optimalfall durch den Heiler. Ihr habt hier also die Möglichkeit, euren Schaden weiter zu erhöhen. Welche Fertigkeiten hatten wir ausgerüstet, unseren Schaden passiv zu erhöhen, ohne dass wir sie wirklich aktiv nutzen? Genau, wer gut aufgepasst hat und bisher hier schon mal dran geblieben ist, Krieger-Geld-Fertigkeiten. Deswegen rüsten wir in diesem Falle, wenn wir also den maximalen Schaden machen wollen, in einer 4er-Gruppe oder in einer Raid-Gruppe, wo wir keine Heilung und keine Durchdringung brauchen, einfach den getarnten Jäger hinten aus und die Bestienfalle. 6% mehr Magie und Waffenkraft, nur weil wir diese Fertigkeiten jetzt hier ausgerüstet haben. Mehr haben wir nicht gemacht. Trotzdem, an dieser Stelle hier, würde ich euch empfehlen, Elan in der Regel mitzunehmen. Also auch wenn ihr in einer 12er-Gruppe unterwegs seid und eurem Heiler vertraut, es kann nicht schaden, den Skill mal mit dabei zu haben. Verringerter Schaden, der bei euch ankommt und wie gesagt, in der brenzligen Situation, wenn die Gruppe halt doch mal vielleicht dabei ist zu sterben, seid ihr vielleicht der Spieler, der am Leben bleibt und die anderen Spieler wieder aufheben kann. Dementsprechend wäre das dann so ungefähr hier meine Empfehlung, aber ihr seht schon, bei den Fertigkeiten gibt es durchaus ein paar Sachen, wo ihr auswählen könnt, was ihr gerne spielen wollt. Wo ich euch nicht unbedingt empfehlen würde, auszuwählen, was ihr gerne spielen wollt, sondern wo ich euch eine strikte Herangehensweise empfehlen würde, ist bei der sogenannten Rotation. Und jetzt wird es besonders spannend, jetzt solltest du besonders gut aufpassen. Denn die Reihenfolge der Fertigkeiten ist letzten Endes auch das, was relevant ist, um den meisten Schaden aus dem Arcanisten jetzt hier an dieser Stelle rauszuholen. Wir wollen da also auf jeden Fall so wenig wie möglich falsch machen. Erstmal geht es darum, vor dem Kampf seine Effekte aufrecht zu erhalten und sich schon mal vorzubereiten. Das heißt, bevor ihr einen Gegner angreift, wollt ihr schon dafür sorgen, dass ihr selbst schon mal erhöhte Werte habt und dementsprechend gleich gut dabei seid, um in den Kampf einzusteigen. Hierzu aktivieren wir als erstes unsere Waffenruhne, die dafür sorgt, dass unsere Waffe so cool leuchtet an dieser Stelle hier und die Passivkrux generieren wird. Dementsprechend, die wollen wir als erstes auslösen, als erstaktiv haben. Dann, wenn wir das getan haben, gehen wir in einen Waffenwechsel rein und aktivieren schon mal unseren Klingenmantel, denn der macht erst dann Schaden, wenn wir uns dem Gegner annähern. Ihr seht, jetzt gerade macht er keinen Schaden. Bin ich an dem Gegner dran, fängt er halt eben an zu explodieren und macht Schaden. Haben wir das gemacht, wollen wir jetzt an dieser Stelle hier, ohne einen leichten Angriff dazwischen, unsere Bestienfalle als nächstes aktivieren. Das heißt also hier unsere Fertigkeit, die wir hier an der nächsten Stelle zu stehen haben. Haben wir das wiederum gemacht, machen wir erst mal wieder ganz entspannt einen Waffenwechsel auf die hintere Ausrüstungsleiste. Da geht es jetzt an der nächsten Stelle weiter. Da wollen wir jetzt als nächstes den ersten leichten Angriff machen und dann wollen wir unsere elementare Wand aktivieren. Nun gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe die beste Erfahrung gemacht, jetzt auf die vordere Leiste zu gehen und so schnell wie möglich zu beamen. Wenn mir also noch Krux fehlen, dann Waffenwechsel, leichter Angriff, Tentakeln, leichter Angriff, Tentakeln und sobald ich drei Krux um mich drum herum habe, sofort beamen. Das ist das, was bei mir am meisten Schaden gemacht hat. Ich habe aber auch schon von anderen gehört, die erstmal noch ihre restlichen Schaden über Zeit Effekte aufrechterhalten. Das heißt also, die aktivieren quasi als erstes gleich noch ihren Flächeneffekt. Diese Fertigkeit hier, das kann man auch machen. Ich lasse die Flächenfertigkeit weg, weil ich damit mehr Schaden bis jetzt erzeugt habe, weil ich damit bessere Erfahrungen bisher gemacht habe. Das heißt also, jetzt nochmal ganz langsam nochmal eine Wiederholung, bevor wir gleich zum Punkt kommen, wie es dann im Kampf abläuft. Das geht jetzt gerade um den Anfang, vorm Kampf. Jetzt geht es dann gleich darum, wie es im Kampf abläuft. Wenn euch das mit dem Anfang zu kompliziert ist und ihr sagt, das will ich mir gar nicht merken, dann passt jetzt gleich beim Punkt im Kampf gut auf, denn das ist dann das letzten Endes, was ihr die ganze Zeit macht. Ihr könnt das mit der Anfangsvorbereitung auch weglassen und dann dementsprechend das machen, was ihr während des Kampfes die ganze Zeit wiederholt. Nichtsdestotrotz noch einmal hier in der Wiederholung. Also unsere Rune, unsere Waffenverzauberung hier an dieser Stelle in den Waffenwechsel hinein, dann unseren Klingenmantel. Wir gehen an den Gegner heran, aktivieren unsere Bestienfalle in den Waffenwechsel hinein. Erster leichter Angriff, unsere elementare Blockade. Zweiter leichter Angriff, unsere ultimative Kraft. Dritter leichter Angriff in den Waffenwechsel hinein. Jetzt aktivieren wir unseren Tentakel, so lange bis wir unseren Beam aktivieren können. Leichter Angriff, Beam. Und jetzt fängt die eigentliche Rotation an. Und zwar ist es super easy. Ihr wollt so oft wie möglich beamen. Und immer wenn ihr seht, okay, eine meiner Fertigkeiten mit Schaden über Zeit läuft bald aus, wollt ihr diese erneuern. Die Schadensüberzeit-Fertigkeiten haben aber nicht Priorität. Euer Beam hat Priorität. Wenn ihr also wisst, okay, meine wunderbare Fertigkeit Todesmantel oder meine Fertigkeit Elementare Wand oder hier auf der hinteren Leiste halt eben dann dementsprechend hier die Gelehrsamkeit oder die Donnerner Rune. Die läuft in zwei, drei Sekunden aus. Trotzdem beamen, wenn der Beam bereit ist. Ja, also wenn ihr seht, okay, es sind jetzt gerade in diesem Moment alle Fertigkeiten mit Schaden über Zeit aktiv. Die laufen in drei Sekunden aus. Ich beame aber fünf Sekunden. Nicht erneuern. Beamen. Danach habt ihr immer noch die Möglichkeit, eure Fertigkeiten mit Schaden über Zeit zu erneuern. Das heißt also, meine Rotation im Kampf sieht jetzt wie folgendermaßen aus. Ich komme jetzt also in der Regel aus einem Beam raus. Der Beam ist zu Ende und ich sehe jetzt, alle meine Schaden über Zeitfertigkeiten sind ausgelaufen. Ich habe nur einen Krugs. Ich kann also eh gerade erst mal nicht beamen. Kein Problem. Dann aktiviert ihr erst mal alles andere, was nötig ist, um euren Schaden über Zeit wieder aufzubauen. Das heißt also immer schön leichter Angriff. Zack. 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 Jetzt sind alle unsere Schaden über Zeitfertigkeiten am Laufen. Ich generiere also den letzten Krugs und mache dann Beam. Jetzt läuft gleich meine elementare Blockade aus. Ich gehe also schon mal in den Waffenwechsel hinein. Elementare Blockade. Krugs generieren. Krugs generieren. Noch ein letztes Mal hier den Klingemantel erneuern. Beam. Jetzt ist hinten wieder alles ausgelaufen. Das heißt also, ich aktiviere wieder leichter Angriff. Bestchenfalle in den Waffenwechsel hinein. Leichter Angriff. Blockade. Leichter Angriff. Rune. Leichter Angriff. Waffe. Leichter Angriff. Ultimative Kraft in den Waffenwechsel hinein. Und wieder Krugs generieren mit den Tentakeln und beamen. Jetzt ist wieder hinten meine instabile Wand zu Ende. Leichter Angriff. Instabile Wand. Ich sehe, dass meine Falle gleich zu Ende ist. Die Rune läuft hinten aus. Der Beam hat Vorrang. Auch jetzt hier meine elementare Wand ist ausgelaufen. Der Beam hatte Vorrang. Wieder unsere Schaden über Zeitfertigkeiten erneuern. Und beamen. Die Waffenverzauberung ist ausgelaufen. Also diese Rune, die sich um unsere Waffe drum herum bildet, ist kein Problem. Der Beam hat Vorrang. So. Und jetzt hier wieder. Eins. Zwei. Mein Beam leuchtet. Beziehungsweise glitzert. Also beamen. Und so geht der gesamte Kampf. Was anderes macht ihr nicht. Das heißt, ihr wollt die ganze Zeit nur euren Beam so schnell wie möglich aktiv haben. Und in der Zwischenzeit schauen, dass sich schön eure Schaden über Zeitfertigkeiten aktiv halten. Dann sind eure Schaden über Zeitfertigkeiten alle aktiv. Krugs generieren mit den Tentakeln und beamen, was das Zeug hält. Wenn eure Schaden über Zeitfertigkeiten kurz davor sind auszulaufen, kein Problem. Lasst sie ruhig mal ein, zwei Sekunden auslaufen. Hauptsache ihr seid am beamen. Und so läuft der gesamte Kampf von Anfang bis Ende ab. Das ist alles. Das heißt, ihr seid ein Drittel des Kampfes am beamen. Wenn nicht sogar eher die Hälfte des Kampfes seid ihr am beamen. Das sind also die wichtigen Punkte, was die Rotation angeht. Jetzt gibt es natürlich noch unglaublich viele weitere Punkte. Das heißt, wir haben jetzt über Skills gesprochen. Wir haben über die Wahl der Waffen gesprochen. Wir haben über die Rotation gesprochen. Jetzt kommen wir noch zu Punkt 4 der Ausrüstung. 4 von 10 insgesamt Punkten. Die ich bespreche mit euch. Bleibt also dran. Es kommt noch ein bisschen Input. Ausrüstung. Welche Sets wählen wir? Was wollen wir spielen? Ich fange jetzt erstmal an mit der Ausrüstung, die ich den meisten Spielern empfehlen würde. Die ist eher für Solo-Gameplay, vielleicht Vierer-Dungeon-Gameplay gedacht. Und gehe dann dazu über, was ihr ausrüstet, wenn ihr in erfahreneren Vierer-Gruppen unterwegs seid. Wenn ihr mehr Schaden machen wollt. Oder wenn ihr in Raid-Gruppen unterwegs seid. Fangen wir also an mit der Solo-Ausrüstung. Was sich bei beiden immer identisch ist, ist einmal die Wahl der Sets. Und zwar habe ich hier auf der vorderen Leiste das Set Tödlicher Stoß ausgerüstet. Tödlicher Stoß könnt ihr euch zum Beispiel von anderen Spielern beim Gildenhändler kaufen. Gibt uns, und wir haben ja am Anfang bei den Fertigkeiten gut aufgepasst, 15% mehr Schaden auf alle Schadensüberzeitfertigkeiten. Da haben wir viele von. Und 15% mehr Schaden auf unsere Fertigkeit mit einer Durchführungszeit. Was hat eine Durchführungszeit? Nun ja, einmal der Beam, der Strahl. Und auch unsere Tentakeln haben eine Durchführungszeit von 0,3 Sekunden. Die kriegen also 15% mehr Schaden durch Tödlicher Stoß. Mit eines der besten Sets auf dem Arcanisten. Das nächste Fünfer-Set, was wir spielen wollen, ist Säulen von Nürn. Ein Vierer-Dungeon-Set, was ihr euch nicht von anderen Spielern kaufen könnt. Dieses müsst ihr erwerben, indem ihr im normalen Schwierigkeitsgrad, also auch dementsprechend keine riesige Anstrengung, in das Gebiet Karkstein, beziehungsweise in den Vierer-Dungeon-Falkenring geht. Dort bekommt ihr dann dementsprechend die passende Ausrüstung. Da würde ich euch also empfehlen. Ich zeige euch aber auch gleich noch ein paar Alternativen, was ihr spielen könnt, wenn ihr noch keine Vierer-Dungeon-Sets habt, beziehungsweise wenn ihr vielleicht sogar beide Sets nicht habt, die ich jetzt hier gezeigt habe. Also unser zweites relevantes Fünfer-Set ist jetzt hier Säulen von Nürn. Jetzt liest man erstmal hier, okay, mittleres Ausrüstungs-Set, sowohl tödlicher Stoß als auch Säulen von Nürn. Säulen von Nürn hat sogar einen Effekt, der uns Ausdauer gibt. Warum sollte ich diese Sets also auf einen Charakter spielen, der über die Hälfte Magiker-basierende Fertigkeiten dabei hat? Oder vielleicht spielt ihr sogar den Arkanismus mit zwei Zerstörungsstimmen und mehr Magiker-Fertigkeiten? Warum würde ich auf beiden Spielweisen, sowohl Hybrid- als auch auf eher Magiker-basierenden Charakteren, als auch auf Ausdauer-basierenden Charakteren, definitiv Säulen von Nürn und an dieser Stelle hier halt eben tödlicher Stoß kombinieren? Das sind mit die stärksten Kombinationen. In Zelda-Sports Online hat sich viel verändert in der Vergangenheit. Es gab die sogenannte Hybridisierung. Das heißt also, ihr könnt jetzt wirklich alles auf allen Spielen, alles miteinander kombinieren. Sets, die früher nur für Ausdauer und physischen Schaden relevant waren, sind jetzt auch mit die besten Sets, die für Magiker-Spieler relevant sind. Das heißt also, auch auf Magiker-Spielern spielt man häufig mittlere Rüstung. Weniger leichte Rüstung. Das heißt also, Säulen von Nürn, obwohl es den ersten Effekt Ausdauer hat, der uns vielleicht als Magiker-Spieler nichts bringt, ist der Schaden, den dieses Set macht, so enorm, dass alles andere völlig irrelevant wird. Das gleiche gilt auch für tödlicher Stoß. Tödlicher Stoß ist sogar so schön, dass es uns Magie und Waffenkraft gibt, also auch Magiekraft, kritische Trefferchance, also sowohl magische Trefferchance als auch physische beziehungsweise Waffenkrafttrefferchance oder Waffentrefferchance. Nochmal, Magie und Waffenkraft und die 15% mehr Schaden auf alles, denen ist doch völlig egal, ob eure Fertigkeiten Magiker- oder Ausdauer kostet. Ja, dementsprechend also an dieser Stelle hier auch wieder ein relevanter Unterschied halt eben, den ihr beachten müsst bei der Auswahl eurer Sets. Und noch oben drauf kommt eine weitere Sache, die der Arcanist so zum ersten Mal macht, was davor noch nicht der Fall war. Viele der Fertigkeiten des Arcanisten, die nutzen sowohl als auch, also wenn ihr mehr maximale Magiker auf dem Papier zu stehen habt, also hier mehr Magiker habt, dann kosten eure Skills Magiker. Ja, wenn ihr aber mehr maximale Ausdauer zur Verfügung habt, bei mir ist das jetzt ein Anzeigefehler, da sollte eigentlich Ausdauer stehen, wenn ihr mehr maximale Ausdauer auf dem Papier, also in eurer Charakterübersicht zur Verfügung habt, dann nutzen diese Skills Ausdauer. Steht auch da in dem lilanen Bereich. Also hier über mir drüber steht extra nochmal, hey, die Kosten dieser Fertigkeit sind abhängig davon, ob ihr mehr Magiker oder Ausdauer habt. Und das ist was Besonderes. Ihr könnt diesen Charakter also sehr flexibel aufbauen und könnt dieses Bild, was ich euch hier zeige, sowohl für physische als auch für magische Spielweisen sehr gut nutzen. Jetzt haben wir zwei Fünfer-Sets, da bleibt ja noch ein bisschen was übrig. Wir haben dementsprechend insgesamt eins, zwei, drei, sogar vier einzigartige Item-Sets mit dabei. Nein, drei einzigartige Item-Sets müssten sein, die nur ein einziger Gegenstand sind, uns aber schön starke Effekte geben. Und zwar fangen wir mal an, mit den am einfachsten zu erhaltenen, und zwar Auszubildender. Bekommt ihr einfach, indem ihr in die Startergebiete geht. Ödfels, Ballfolien, Stross-Mekai, Kenatis-Rast, der ganze Quatsch. Da bekommt ihr aus den Kisten von Gegnern dieses Set hier, was euer Leben sehr stark erhöht. Ihr seht hier, wenn ich jetzt ein aktives Buff-Gut habe, komme ich hier auf einen richtig schönen, dicken Lebenswert. Und der kann euch das Leben retten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein toter DD macht definitiv weniger Schaden als ein lebender DD. Egal, ob ihr jetzt ein bisschen mehr Ausdauer-Maker zur Verfügung haben könntet, wenn ihr tot seid, macht ihr gar keinen Schaden. Dementsprechend lieber auf Safe spielen an dieser Stelle hier, zumindest wenn ihr eher unerfahren seid, in der Open-World oder eher Solo unterwegs seid. Darauf basiert auch unser zweites besonderes Set, und zwar den Ring des Fallen Orns. Dieser heilt uns für 20% allen Schadens, den wir machen. Der Arcanist macht sehr viel Schaden über Zeit, mit seiner Durchführungszeit, mit seinen Fertigkeiten, die ansonsten Flächenschaden machen, und so weiter und so fort. Das heißt also, auch wenn wir gerade mal ganz kurz nicht die Chance dazu haben, Schaden zu machen, machen vermutlich noch von uns bereits vor längerer Zeit gelegte Flächenschaden. Dementsprechend werden wir die ganze Zeit passiv geheilt, was diesen Ring unfassbar mächtig macht. Definitiv ein Muss für jeden, der den Arcanisten Solo spielen möchte, beziehungsweise hauptsächlich Solo unterwegs ist. Auch wenn, eine schöne Sache an dieser Stelle hier, uns die Tentakeln hier, auch wenn uns die Tentakeln hier zum Beispiel passiv heilen. Immer wenn wir die wirken sozusagen an der Stelle hier, sehen wir ja hier, wir machen nicht nur physischen Schaden, wir heilen uns auch noch nebenbei. Steht hier hinter mir, hinter meinem Kopf. Dementsprechend, wir haben schon ein bisschen Heilung mit dabei. Vielleicht haben wir noch Elanum Optimalfall mit dabei. Nichtsdestotrotz ist der Ring des Fallen Orns, was das angeht, auf jeden Fall sehr interessant. Wir wollen ihn auf jeden Fall zumindest im Repertoire haben. Das letzte Set, was wir so oder so dabei haben wollen, egal ob Solo oder mit Gruppen, ist auf jeden Fall hier der perfektionierte Flammenstab des Mahlstroms. Keine Sorge, es muss nicht der perfektionierte sein. Denn den ersten zwei Gegenstandssets Bonus hier, erhöhte Durchdringung, die bekommt ihr eh nur, wenn ihr gerade auf dem Stab drauf seid, der ja auf eurer hinteren Leiste ist, also nicht der primären, auf der ihr euch hauptsächlich befindet. Und noch dazu hat der Arcanist einfach schon sehr viel Durchdringung zur Verfügung. Dementsprechend spielt die Mahlstrom-Arena einfach auf normal. Ihr lernt in der Mahlstrom-Arena aus Flächen rauszugehen. Ihr lernt, was es heißt, Mechaniken zu spielen. Also die Mahlstrom-Arena ist wirklich mit einer der besten Orte, um das Gameplay in The Elder Scrolls Online zu lernen. Auch wenn man die auf normal spielt, hat man dann halt eben die Chance, diesen normalen Flammenstab des Mahlstroms zu bekommen, ohne den ersten Zweier-Effekt. Das ist aber eh nicht der wichtige. Der wichtige Effekt ist der zweite Zweier-Gegenstandseffekt. Und zwar erhöhter Schaden bei unserer elementaren Wand. Den wollen wir also auf jeden Fall mitnehmen. Was ist, wenn ihr eines dieser beiden Fünfer-Sets nicht habt? Oder wenn ihr sogar beide Fünfer-Sets nicht habt und dann dementsprechend dort keinen Zugriff drauf habt, beziehungsweise erstmal irgendeine Alternative braucht, um nicht nackig rumzulaufen? Dann würde ich euch darum bitten, entweder mal einfach in den Gebiets-Chat zu schreiben, kann mir jemand ein Set herstellen? Oder vielleicht seid ihr ja schon ein Spieler, der schon einen Zweitcharakter hat, der zum Beispiel schon Handwerke kann, dann könnt ihr euch das Set selber herstellen. Und zwar geht es um zerschlagenes Schicksal. Das beste Einsteiger-Set in The Elder Scrolls Online. Es gibt euch fast 8000 Rüstungsdurchdringungen, vor allem für Open-World-Inhalte interessant und für unkoordinierte Gruppen. Und wenn ihr nun mal weder tödlicher Stoß zur Verfügung habt, noch Säulen vernüntern, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass ihr vermutlich noch eher am Anfang steht und euch den neuen Charakter aufbauen wollt. Also ihr dementsprechend noch Inhalten unterwegs seid, wo ihr die Durchdringung braucht. Dementsprechend mit einer der stärksten Effekte, die man hier mitnehmen kann. Und der 10er, beziehungsweise das 10-Gegenstand-Set Boni hier, fast 700 Magie- und Waffenkraft, was dann nochmal erhöht wird, durch unsere Waffenverzauberung, durch diese Rune, nochmal 20% mit oben drauf. Ist auch unfassbar mächtig an dieser Stelle hier. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Den 12-Set-Gegenstand-Bonus, den könnt ihr auch weglassen und dann zum Beispiel einen Teil Auszubildender spielen und vielleicht noch ein anderes Teil eines Monster-Sets. Monster-Set ist das gute Stichwort, denn was tauschen wir jetzt aus, wenn wir mal davon ausgehen, Säulen vernüntern haben wir und tödlicher Stoß haben wir. Was spielen wir jetzt in optimierten Gruppensituationen? Wenn wir also mit anderen Spielern unterwegs sind und dementsprechend, ja, das Maximum an Schaden rausholen wollen, weil ein Tank und ein Heiler haben wir schon mit dabei. Dann ändern wir einmal eine klitzekleine Kleinigkeit. Und zwar tauschen wir den Ring des Fallen Orns gegen das neue Mythic-Item. Man hätte es auch Arcanisten-Mythic-Item nennen können, denn es ist ein Arcanisten-Mythic-Item. Wir kriegen hier nämlich offensive Durchdringung, nett, vor allem für größere Gruppen, aber ansonsten nicht relevant, vor allem relevant, 15% mehr Schaden gegen alle Gegner im PvE. Unfassbar hoher Wert. Ein unfassbar hoher Wert. Und warum habe ich das hier das Arcanisten-Item genannt? Weil kleinere Kraft kriegen wir ja schon über unseren Arcanisten-Bild. Naja, guckt euch mal den letzten Effekt an. Eure leicht und schweren Angriffe machen 99% weniger Schaden. Warum sollte das gut sein? Wann könnt ihr keine leichten Angriffe machen? Wenn ihr Fertigkeiten ausführt, die eine Durchführungszeit haben. Welche Fertigkeit hat die längste Durchführungszeit im Spiel? Der Strahl, der Beam mit über 5 Sekunden. Da könnt ihr also keine leichten Angriffe machen. Das heißt also, die 99% weniger leichter Angriffsschaden, die sind für uns völlig irrelevant. Die werden nämlich mehr als nur ausgebügelt von den 15% mehr Schaden gegen alle Gegner. Das hier ist ein einziger Gegenstand, der uns 15% mehr Schaden für all unsere Fertigkeiten gibt. Tödlicher Stoß gibt uns nur 15% für unsere Fähigkeiten. Man scheint über Zeit und den Kanalisierungsfähigkeiten. Und es ist ein 5-Gegenstand-Set. Da merkt man schon, wie stark diese Kette hier immer noch ist, auch wenn sie schon überarbeitet wurde in den vergangenen Patches. Das Letzte, was wir austauschen, ist, das einer Set auszubilden, habe ich rausgeschmissen. Dafür habe ich jetzt hier eine Brust von Säulen von Nürn. Und ich habe jetzt ein Kopfteil von Schleimkopf ausgerüstet. Das sorgt dafür, dass ich erhöhte kritische Chancen habe. In der Regel, der Akanist hat schon sehr viel Durchdringung. Wenn ihr hier mal reinschaut in die Passiven des Akanisten, ihr kriegt hier beispielsweise 2000 zusätzliche Durchdringungen durch eure Akanisten-Fertigkeiten. Und die habt ihr sozusagen, hier habt ihr sogar an der Stelle 3000. Das heißt, ihr seid, was das Durchdringung angeht, wirklich gut unterwegs. Das heißt also, so Sets wie beispielsweise Krax oder sowas, die würde ich euch nicht unbedingt empfehlen. Also wirklich, in der Regel werdet ihr das nicht brauchen. Oder auch Valkyns Goria macht letzten Endes das Gleiche, gibt euch auch Durchdringung, werdet ihr in der Regel nicht brauchen. Das heißt also, spielt wirklich gerne Schleimkopf. Meine Empfehlung auf jeden Fall an dieser Stelle hier. Jetzt haben wir über die Sets gesprochen, die Wahl der Sets. Wie sieht es jetzt hier aus mit den Eigenschaften? Ich zeige euch das nochmal ganz in Ruhe jetzt, ja, und detailliert. Auf unseren Waffen haben wir auf der hinteren Leiste eine erfüllte Waffe, um die Effektivität der Magie- und Waffenkraftlüfe zu erhöhen. Dann haben wir eine Nürn-Geschlüffene Waffe. Wichtig ist, dass sich diese auf der Haupthand befindet. Befindet sich diese nämlich nicht auf der Haupthand, achtet mal hier auf meine Werte. Obwohl ich meine Ausrüstung nicht geändert habe, obwohl das immer noch die gleichen Gegenstände sind, habe ich jetzt weniger Magie- und Waffenkraft, weil Nürn-Geschlüffen nicht mehr so effizient ist. Weil nur ein gewisser Bruchteil des Schadens, den mir meine Waffe von der Nebenhand zur Verfügung stellt, angerechnet wird. Deswegen achtet immer darauf, dass Nürn-Geschlüffen auf der Haupthand ist. Hier eine Flammenglüfe drauf. Hier eine Giftglüfe drauf mit dem Effekt geladen, der dafür sorgt, dass unsere Status-Effekte regelmäßiger sich aktivieren können. Also zum Beispiel Vergiftung durch den Giftschaden, Brennen durch den Flammenschaden und so weiter und so fort, Blutung durch unsere Bestienfalle und so weiter und so fort. Also dementsprechend hier auf jeden Fall geladen. Geladen ist, was Einzelzielschaden angeht, mit das Beste. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch keinen Nürn-Geschlüffen habt, macht euch ruhig erstmal eine präzise Waffe. Dann könnt ihr nämlich später mal einfach die präzise Waffe hier auf die geladene Leiste legen und euch irgendwann noch, wenn ihr Nürn-Geschlüffenen erforscht habt oder euch herstellen lassen habt, eine Nürn-Geschlüffene Waffe drauflegen. Warum? Ihr müsst keinen geladen spielen. Präzise kommt sehr nah an geladen ran und ist flächenschadenstechnisch sogar ein bisschen besser. Also für Solo-Inhalte zum Beispiel sowieso eventuell ein bisschen interessanter. Der Unterschied ist aber so minimal. Geladen wäre Einzelzielschadenstechnisch ganz klein bisschen besser. Auf unseren Schmuck haben wir alles in blutdurstig, wobei auch erfüllt gespielt werden kann. Ihr könnt euren Schmuck auch erstmal mit Ausdauer belassen. Ist auch völlig in Ordnung. Wichtig sind hier jetzt nur die Glyphen. Und zwar haben wir die Verzaubung der Magie und Waffenkraft mit Ausdauerregeneration an dieser Stelle hier. Wenn ihr mit mehr Magiker-Fertigkeiten spielt, dann könnt ihr die Variante nehmen, die euch mehr Magiker-Regeneration gibt. Auf unserer Ausrüstung haben wir in der Regel überall Ausdauer-Glyphen drauf und alles in göttlich. Also alle sieben Rüstungsteile in göttlich, um die Effizienz unseres Mundussteins zu erhöhen. Mundusstein, wichtiger Punkt. Bleibt bitte noch dran. Es geht noch weiter mit Informationen. Wenn wir jetzt ein bisschen einsteigerfreundlicher unterwegs sein wollen, würde ich euch empfehlen, verzaubert ruhig diesen Kürers, das Auszubildenden, der euch ja sowieso Leben geben soll und eure Resistenz ein bisschen erhöht, weil es ein schwerer Gegenstand ist. Verzaubert ihn ruhig mit Leben. Es wird euch niemand deswegen anprangeln. Und ihr seht ja, unser Leben steigt dadurch von insgesamt 34.000 auf unfassbar 27.000. Im Kampf, wenn wir jetzt in der Gruppe unterwegs sind beispielsweise, dann sind das sogar fast 30.000 Leben, die ihr da habt. Also ein richtig starker Wert, wobei der Wert, auch den wir jetzt schon im Kampf erreichen, ein sehr guter ist. Also dementsprechend sollte man darauf achten. So, das war jetzt alles zum Thema Ausrüstung. Der nächste spannende Punkt sind die Champion-Punkte und hier behandeln wir vor allem die blauen und die roten Champion-Punkte. Ich habe euch mal das Video mit den grünen Champion-Punkten verlinkt. Die sind nicht kampfrelevant, vielleicht sind die für euch aber interessant. Findet ihr, wenn dann auf jeden Fall oben beim i einfach einmal drauf tippen. Die, die für uns am meisten Schaden verursachen, sind Taumatog. Wir hatten ganz viel Schaden über Zeiteffekte dabei. Weißene Aura. Wir haben ganz viel Flächenschaden mit dabei. Und sonnerfüllte Schläge, die unseren allgemeinen Schaden für Schadensmachende Fertigkeiten erhöhen. Diese drei Champion-Punkte wollen wir also immer mitnehmen. Ohne Ausnahme, die wollen wir immer mitnehmen. Der letzte Champion-Punkt ist jetzt abhängig davon, was ihr gerade spielt. Seid ihr in einer sehr erfahrenen Raid-Gruppe unterwegs, wird Ausnutzer am meisten Schaden machen. Ausnutzer findet ihr hier in dieser Galaxie. Seid ihr jetzt hauptsächlich in Solo-Inhalten unterwegs, das heißt also, ihr seid vielleicht auch mal am Sterben, ihr seid Solo unterwegs, die Gegner schauen euch auch an vor allem, dann würde ich euch Kampf-Finesse empfehlen. Hinterhalt gibt euch zwar 10% mehr kritischen Schaden, aber nur, wenn ihr die Gegner von der Seite oder von hinten angreift. Wenn ihr viel Solo unterwegs seid oder auch in Vierer-Dungeons, gucken euch die Gegner auch mal an, weil ihr vielleicht mal die Aggro habt beziehungsweise die Aufmerksamkeit der Gegner auf euch. Kampf-Finesse wirkt immer, egal aus welcher Richtung ihr den Gegner anschaut. Für die meisten Spieler also Kampf-Finesse, für die guten Spieler vielleicht Ausnutzer mal anschauen. Ähnlich geht es jetzt auch weiter bei den Champion-Punkten des Rotenbaums. Hier haben wir die Standard-Champion-Punkte mehr Leben mit dabei, mehr Rüstung und ein bisschen Regeneration. Also die drei, die sich hier oben befinden, das sind auch dann die Relevanten letzten Endes. Und der dritte kommt ein bisschen drauf an, was ihr macht. Für Solo-Arenen, um Ausdauer zu regenerieren, blutige Erneuerung, spielt ihr mit mehr Magiker-Fertigkeiten, dann der drüber auslaugende Zauber. Sagt ihr, oh du, ich habe eigentlich gar keine Ausdauer-Probleme, aber ich habe echt Probleme durch die Ausweichrollen, die ich regelmäßig mache, vor allem, weil ich noch beim Lernen bin, wo kann ich denn drin stehen bleiben und wo nicht, dann würde ich euch empfehlen, ey, völlig in Ordnung, dann schau dir doch mal geschicktes Ausweichen an. Auch eine sehr starke Fertigkeit, einmal alle halbe Minute kostenlos ausweichen. Seid ihr ganz viel in Vierer-Gruppen unterwegs und in Raid-Gruppen, die vielleicht nicht die allerbesten sind und ihr wollt die aber unterstützen und ihr wollt derjenige sein, der die Gruppe vielleicht mal rettet und den Karren aus dem Dreck zieht, dann jetzt, und deswegen habt ihr diesen Kanal ein kostenloses Abo da gelassen oder seid vielleicht schon Abonnent, Leute, unterschätzt nicht den Champion-Punkt Geistmeisterschaft. Geistmeisterschaft sorgt dafür, dass ihr Spieler 33% schneller wiederbelebt. Schnellere Wiederbelebung sorgt dafür, dass tote Schadensausteller schneller wieder Schaden machen können, die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Gruppe vibet, also komplett stirbt, sinkt und ihr seid vielleicht mit diesem Champion-Punkt ein Retter. Denn wir haben in Raids, in Raids haben wir in der Regel genügend Synergien, die stellen uns auch nochmal Ausdauern-Marker wieder her. Wenn wir sowieso schon in Raids unterwegs sind, dann kennen wir in der Regel auch schon die Mechanik mit den Ausweichrollen, können also ganz gut einschätzen, wann machen wir mal eine, wann nicht. Und dann kann Geistmeisterschaft besonders interessant sein. Ich gehe sogar davon aus, dass das für den Großteil der Spieler interessant sein wird. Einfach mal schneller Spieler wiederbeleben können, wenn ihr in Gruppeninhalten unterwegs seid. Ansonsten geschicktes Ausweichen oder blutige Erneuerung. Wenn ihr jetzt bei den Champion-Punkten wissen wollt, ja, ist ja schön und gut, dass du mir da jetzt vier aktive Champion-Punkte hingeknallt hast, aber welche Reihenfolge denn? Ich habe ja noch gar nicht so viele Champion-Punkte. Vielleicht kann ich nur zwei oder drei Champion-Punkte von denen, die du da gezeigt hast, ausrüsten. Und was ist überhaupt mit den ganzen Passiven, die hier sind, diese gelben? Sind die wichtig? Sind die nicht wichtig? Dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, da werde ich dir das noch mal erklären, in welcher Reihenfolge, mit welchem Champion-Level was am sinnvollsten ist. Für alle, die da ungeduldig sind, drückt jetzt gern schon mal aufs I. Da habe ich euch das Video zum Thema Champion-Punkte und Reihenfolge der Champion-Punkte, wie man am besten Level sollte, verlinkt. Champion-Punkte war übrigens mein Punkt Nr. 6, Ausrüstung in Punkt Nr. 5 und nun geht es weiter mit Punkt Nr. 7, wer gut in Mathematik ist und zwar mit den Mundussteinen. Und hier gibt es wieder einen Unterschied und ich finde viel zu wenig Content-Creator, viel zu wenig Leute in ihren Guides und Builds erklären, warum das interessant sein kann. Leute, spielt, wenn ihr Solo unterwegs seid, nicht immer die Dieben. Wenn ihr in der Marsch-Strom-Arena unterwegs seid, wenn ihr Solo-Vierer-Dungeons macht, wenn ihr in der Open-World unterwegs seid und Solo-Open-World-Bosse macht, wenn ihr am Questen seid, Durchdringung ist euer bester Freund. Durchdringung ist in der Regel die bessere Variante, die Variante, die insgesamt mehr Schaden machen wird. Wenn ihr in Vierer-Gruppen unterwegs seid mit einem Tank, wenn ihr unterwegs seid mit einem Kumpel in der Open-World, der Tank ist, okay, wenn ihr in Raid-Gruppen unterwegs seid, dann nutzt nicht die Liebende, sondern benutzt die Dieben. Die Dieben wird insgesamt dafür sorgen, dass ihr mehr kritischen Schaden macht, generell mehr Schaden, aber halt eben nur dann, wenn eure Durchdringung angemessen hoch ist. Was bedeutet angemessen hoch? Die meisten Gegner in der Open-World haben 9100 Resistenzen. Die wollt ihr im Optimalfall auf 0 reduzieren, wenn ihr ein bisschen über 9100 Durchdringung seid, ist das also nicht schlimm. Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt gerade nur bei 4300. In Gruppeninhalten, das heißt, die Bosse von Dungeons, die Bosse von Raids, da ist das doppelt so hoch. Da haben die Gegner 18200 Resistenzen. Ja, der Tank reduziert in der Regel davon 11000, 12000, manchmal sogar mehr, aber den Rest müsst ihr irgendwie reduzieren, beziehungsweise der Rest muss in der Gruppe mit Sets reduziert werden. Und wenn diese Sets nicht da sind, weil eure Gruppe neu ist, weil eure Gruppe nicht optimal läuft, dann müsst ihr das als Spieler ausgleichen. Und der beste Weg, das auszugleichen, ist nicht immer nur die Diebin mitzunehmen, weil die überall blind empfohlen wird, sondern sich auch mal anzuschauen, ob vielleicht die Liebende Sinn machen könnte. Dementsprechend definitiv da mal mit direktem Blick drauf werfen. Ihr habt ja gesehen, wenn ich jetzt hier die Liebende aktiv habe, dann habe ich sage und schreibe fast 9000 Durchdringung. Einfach nur so, weil ich den Attributspunkt, äh, weil ich den, Mundusstein geändert habe und der Attributspunkt Nr. 8 ist der nächste Punkt, über den wir sprechen wollen. Und zwar, seid ihr einen Charakter, der wie ich jetzt hier hybrid spielt, aber mit ein bisschen mehr Ausdauerfertigkeiten? Alles in Ausdauer. Seid ihr einen Charakter, der ein bisschen mehr Magikerfertigkeiten benutzt? Alles in Magiker. Ey Leute, wir haben 24.000, 27.000 oder manchmal sogar 29.000 Leben. Wir brauchen wirklich keine Punkte in Leben. Ja, zumindest nicht mit diesem Bild. Ganz am Anfang, während der Levelphase, okay, schämt euch nicht auch mal 10 Punkte in Leben zu investieren. Ihr müsst es nicht so machen, wie es in allen Guides und Builds immer erklärt wird. Und wenn ihr sagt, ich brauche das auch später, ist auch völlig in Ordnung. Dann macht 10 Punkte in Leben. Ihr werdet mit diesem Bild aber häufig genügend Leben zur Verfügung haben. Attributspunkte, Skills und Championpunkte könnt ihr übrigens einfach für ein bisschen Ingame-Gold, Innenspiel verändern, überschreine und übertasten. Dementsprechend, das geht in der Regel alles ganz gut. Mein Punkt Nummer 9 ist auch ein Punkt, der ziemlich gut geht und den viele unterschätzen. Und das ist die Wahl des Buff-Foods. Und die Wahl des Buff-Foods in diesem Falle hier fällt, da wir genügend, wir haben ja, wir haben sehr viel gemischte Fertigkeiten. Wir haben sowohl Magik- als auch Ausdauerfertigkeiten in einem guten Verhältnis und die sind auch relativ günstig, weil wir fast die ganze Zeit am Beamen sind. Und der Beam ja fast nichts kostet, wenn wir drei Kruks, drei Dreiecke um uns drum herum haben. Deswegen können wir ein Buff-Food spielen, was nur unser Hauptattribut und unser Leben erhöht, können auf alles andere scheißen. Wir brauchen keine Regeneration. Brauchen wir mit diesem Bild einfach nicht. Denn, Punkt Nummer 2 und Punkt Nummer 9 unter Punkt Nummer 2, wie auch immer ihr die nennen wollt, die Tränke. Die sorgen dafür, dass wir innerhalb des Kampfes genügend Regeneration zur Verfügung haben werden. Nutzen wir nämlich einfach die Dreifachtränke oder auch die Tree-Stat-Pots, so wie sie häufig genannt werden. Dann kommen wir auf mehr als genug Regeneration hier. Ja, ihr seht das hier. 1100 Ausdauer, fast 900 Marker Regeneration. Da wir Hybridik spielen, sowohl Marker als auch Ausdauerfertigkeiten spielen, ist das vollkommen ausreichend an dieser Stelle hier. Diese Sets bekommen wir über die, äh, diese Sets, diese Tränke bekommen wir über die Login-Belohnungen. Das heißt also hier, tägliche Belohnungen. Und keine Sorge, bekommt ihr die da nicht oder habt nicht genügend von den Dingern rumliegen, dann könnt ihr euch die auch einfach herstellen. Und zwar über Wolfsauge, Bergblume und Akelei, beziehungsweise Wolfsauge, Akelei, Bergblume, ungefähr so die Reihenfolge müsste es sein. Dann bekommt ihr genau die identischen Effekte, Leben, Magiker, Ausdauer und alle drei Regenerationen wieder. Dann habt ihr genau das Gleiche. Ihr müsst euch das also definitiv nicht im Kronjob holen, beziehungsweise holt es euch bitte nicht im Kronjob. Nutzt einfach die Dreifachtränke, die ihr hinterhergeworfen bekommt oder stellt sie euch selber her per Alchemie. Und Alchemie ist übrigens auch die wichtigste passive Fertigkeit, die es im Spiel gibt. Die sollte man immer dabei haben, damit ihr eure Tränke so regelmäßig wie möglich ausnutzen könnt, beziehungsweise das Optimum aus euren Tränken rausholt. Und Optimum ist ein gutes Stichwort, denn unser Punkt Nummer 10 ist mit der unwichtigste Punkt in Seelersports Online, aber er beschreibt das Optimum. Und deswegen seid ihr ja hier bis zum Ende dran geblieben. Und zwar die Wahl des Volkes. Ich sag's immer wieder, Volk ist unglaublich unwichtig in Seelersports Online. Das macht einen Schadensunterschied, der einstellig ist. Also wir reden hier von drei, vielleicht fünf, sechs Prozent. Und wenn das für euch relevant ist, dann folgende Reihenfolge. Spielt ihr mit insgesamt mehr Magiker-Fertigkeiten, also beispielsweise vier Magiker, drei Ausdauerfertigkeiten, dann Hochelf, an zweiter Stelle Dunkelelf, dann gefolgt vom Khajiit und direkt dahinter kommt der Ork. Spielt ihr mit mehr Ausdauerfertigkeiten, also so wie ich jetzt hier in diesem Falle, dann spielt ihr an erster Stelle mit dem Dunkelelfen, gefolgt vom Ork, ganz dicht gefolgt, eigentlich auf dem selben Platz der Khajiit, Ork Dunkelelf, äh, Ork Khajiit, fast identisch vom Schadener und dann der Hochelf. Also ihr seht schon, das ähnelt sich sehr, was da so in den besten Kombinationen drin ist. Spielt ihr jetzt einen Argonia oder einen Bretone, dann macht ihr halt vier Prozent weniger Schaden, aber vier Prozent, wen juckt's? Was euch aber jucken sollte, sind die Champion-Punkte und ich kann es verstehen, dass ihr vielleicht noch nicht genügend Champion-Punkte habt, wie jetzt hier gerade in diesem Video besprochen. Deswegen, schau dir auf jeden Fall dieses Video hier an, ansonsten wirst du nicht lernen oder wirst du nicht die richtige Reihenfolge wählen, in der du die passiven Champion-Punkte und die aktiven Champion-Punkte am besten freischaltest. Guck dir das Video also auf jeden Fall an. Guck dir das Video also. Guck dir das Video also.